Was ist hier los? Alles schlecht drauf oder Bart? Na, ich tauche mit euch ordentlich. Der kann doch gar nicht richtig fliegen, der Pisser. Was macht ihr denn da an den Hügel? Da kann ich richtig fliegen. Was für ein Pisser ist er eigentlich? Was habe ich hier eigentlich für Leute eingestellt? Die können nicht richtig flyen. Ich sehe das nicht mehr ein. Ich werde euch alle kündigen hier. Jeden von euch werde ich rausschmeißen. Ich habe doch nichts gemacht. Ich kann auch nicht. Du kleiner Pisser. Ich habe es hier nur mit Lähmann zu tun. Aber wir haben heute eine kleine Aufnahmeprüfung. Deshalb sind wir hier. Mann, nimm mal die Trümmer weg da. Meine Fresse. Er ist hier noch richtig schlecht drauf. Steh doch mal auf, du Pisser. Ich lass mich doch auf. Steh doch mal auf. Was für ein Lähmann. So. Und jetzt. Aufnahmeprüfung, du Sticker. Ich erwarte von dir, dass du sie mal richtig durchbimmst. Das Stück Scheiße. Ich habe die nicht umsonst vom anderen Planeten gezockt. Eine Billighure vom Eros. Du weißt, wie es läuft. Ja, das kann ich aber nicht machen. Bumst das Stück Scheiße, du, ich sehe wohl das Allerletzte mit dir. Ja, ich bin aber verheiratet, Vader, wo bist du? Ja, ich guck dir zu, ich guck dir zu, du, ich bin hier. Ich bin doch verheiratet, Vader, das kannst du eben machen. Ich will es jetzt sehen, du, Sticker. Present mir, wie es läuft, ha? Wir wollen alle sehen, wie du es richtig durchbomst, das Stück Scheiße. Das könnt ihr aber nicht von mir verlangen, Alter, Vader, was? Wenn du das nicht machst, legen wir dich gleich um. Los, zück die Waffen, Männer. Das könnt ihr nicht machen, ihr könnt mir die heute alle... Voll gegen die Cam. Das könnt ihr nicht machen, ihr Pisser. Wir denken nicht um, du Wichser, wenn du sie nicht richtig durchbomst, das Stück Scheiße. So läuft es im Leben, okay? Alles ist normal. Ist ja gut jetzt. Na, komm mal her, du billig Hure. Nein, doch. Und jetzt mach ich einen Presenter, oder? Was für einen Presenter hat er? Eine geile Sau, hä? Jo, will ich sagen. Was für ein verdorbenes Stück Scheiße. Bumst das Stück Scheiße durch. Ich will es sehen, du Wichser. Guck mal, ich kriege auch schon einen, doch... Mann, habe ich einen riesen Stick. Der wächst richtig aus meinem Anzug raus. Diese schmierige Stück Scheiße. Ja, ist ja gut jetzt. So, komm her, du. Du verweckst. Schönes Fakes. Mach einen Abgang, du Wichser. Mach einen Abgang, du. Open jouены Alexandria. Open it. Open jouermars. Ive no m條лиз insachs. korrektes